Eine Lenkerin eines Lieferwagens mit Urnerkontrollschildern fuhr auf einer Naturstraße in Bristen vom Baumgartli in Richtung Herrenlimmi. Von links sprang ein Reh unmittelbar vor das Fahrzeug. Durch das Ausweichmanöver stürzte das Fahrzeug rechtzeitig den Abhang hinunter und wurde nach etwa 5 Metern durch die Bäume aufgefangen. Die Lenkerin verletzte sich und wurde durch eine Privatperson ins Kantonsspital Ure gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Franken, wie die Kantonspolizei Uri ausführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017